Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squadbuilding Challenge, passend zum Team of the Group Stage. Und zwar haben wir heute die 81 Plus Upgrade SBC am Start. Mindestens 20 Packs wollen wir hier in diesem Video machen. Bevor wir reinschneiden ins Video, könnt ihr gerne das Video supporten. Und zwar mit einem fetten Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Lasst mich wissen, wenn ihr mehr Packs davon sehen wollt, mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir runter in die Kommentare, falls ihr schon Sets gemacht habt. Was hat ihr gezogen? Habt ihr Packler gehabt? Ja oder nein? Drückt die Daumen. Wir hoffen natürlich was Geiles zu ziehen. Hier jetzt in diesem Video. Und ihr seht schon unter rechts eine 6 für den 6.12. Nikolaus. Also Grüße gehen raus an euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen zweiten Advent. Ja und wenn ihr Bock habt, könnt ihr am Adventskalender hier von ArchieGaming teilnehmen. Ihr seht jetzt hier einmal die Bedingungen, die am Start sind. Unter anderem das Video einmal liken, Kommentar hinterlassen. Und zwar ArchieGaming Army. Runterschreiben in die Kommentare. Und natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ja und insofern, ihr könnt freiwillig teilnehmen. 5 Euro Pays Android-Xbox-Guthaben gibt es täglich zu gewinnen. Am 24. wird das Ganze ausgelost. Wer dann pro Tag gewonnen hat. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns heute den frischen 19 Uhr Content einmal an. Ihr seht unter anderem, ich bin noch live bei Twitch. Falls ihr uns da mal live sehen wollt. Ab 18.30 Uhr sind wir da täglich am Start. Und Freitag dann auch mal ab 20.30 Uhr für den frischen Content. Falls ihr uns mal live sehen wollt, kommt gerne bei Twitch mal vorbei. So, wir starten rein mit den Zielen. Da gibt es anscheinend auch was Neues. Team of the Group Stage Commence ist natürlich sehr, sehr nice. Und da haben wir es. Quasi noch nicht so wirklich sichtbar. Aber es ist ein seltenes Spieler-Pack. Also ein 50k-Set. Was wir uns da erspielen können. Sieben Segmente. Wir können leider nicht genau sehen, was wir noch machen müssen. Aber wir sehen, auch einige andere Sets kriegen wir da. Zwischendurch 50 Plus-Packs. Man kennt das. Gold-Pack, Elektrum-Spieler-Pack und so weiter und so fort. Die man sich da freispielen kann. Vielleicht sehen wir es irgendwann später. Aktuell auf jeden Fall schon mal die Information an euch. 50k-Set gibt es in den Zielen zum Freispielen. Das Information Nummero 1. Und dann gehen wir rein. Und zwar zu den Squad-Panning-Challenges. Wir wollen heute mindestens 20 Packs wieder zusammenkriegen von den Upgrades. Und da haben wir heute zwei am Start. Zum einen diese 81 Plus UCL-Upgrade-SPC. Da heißt es Tauschein-Team gegen einen seltenen UCL-Spieler mit 81er-Gesamtrating oder höher. Und jetzt ganz, ganz interessant zu wissen, Jungs. Erstmal Nummer 1. Die SPC ist eine Woche verbleiben. Nummer 2. Sie ist wiederholbar. Und Nummer 3. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein Untradable-Spieler. Und ja, es ist ein UCL-Spieler. Heißt es ist, soweit ich das jetzt sehen kann, auch wenn das Wappen sehr, sehr ähnlich aussieht, es wird ein UCL-Spieler sein und kein Team-of-the-Group-State-Spieler. Falls es so sein sollte, werden wir gleich mehr sehen, wenn wir das Pack öffnen. Und zum anderen haben wir heute eine seltene Spielerwahl am Start. Die ist auch eine Woche verbleibend, haben wir schon am Start gehabt. Da bekommen wir dann wieder quasi so ein Player-Pick. Und ich glaube, es sieht ähnlich aus. Nee, oder? Doch. Gold mindestens. Doch, es war die gleiche Bedingung. Gold mindestens. Sieben Spieler und Spielerqualität mindestens Silber. Teamspiel mindestens 30. Die kennen wir vom Black Friday. Ja, aber jetzt ist die Frage, was müssen wir für diese 81 plus UCL-Upgrade-SPC machen? Was müssen wir abgeben? Das wollen wir herausfinden. Hier schreibt es gerade einer rein. In den Twitch-Livestream lohnen sich die Upgrade-Packs? Ja, genau das ist das, was wir heute herausfinden wollen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das ganze Ding mal an. Also, seltene Spieler mindestens sieben. Spielerqualität mindestens Gold und die Teamspieler bei mindestens 30. Ja, okay. Dann machen wir das Ganze doch mal. Gehen beispielsweise mal in die La Liga. Und gucken wir uns dann die ganzen mal an. Also, Torwart. Gerne noch ein Torwart. Wenn wir erstmal hier einen Non-Red-Torhüter am besten abgeben. Zack, zack, zack. Und ich glaube, haben wir jetzt schon vier Spieler? Ich glaube, ja. So, und dann können wir jetzt zu den seltenen gehen. Und da, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben einmal abgeben. Zack, 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 zack. Gucken, ob hier noch einer am Start des Matschis zum Beispiel. Sehr gut. Ja. Und da haben wir das Ganze dann komplettiert. Mindestens sieben selten. Geht einfach in eine Liga, so habt ihr gar keine Probleme mit der Teamschmie. Roberto geben wir ab, Joel. Und ich glaube, die sind jetzt hier alle. Wir gehen kurz mal durch. Gekauft für 400. Untradable gekauft. Untradable tauscht bei Erstbesitzer. Also, sie sind entweder untradable Erstbesitzer oder für 400 gekauft. Hier habt ihr die Namen. Drückt auf Letztaste, falls ihr sie braucht. Aber sonst einfach in eine Made Liga gehen. Und wir müssen ja nicht 1 zu 1 die gleichen Spieler nutzen. So, jetzt mal gucken, ob die Upgrade-SBC was gönnt, Jungs. In der letzten UCL-Upgrade-SBC haben wir direkt erstmal warangezogen. Untradable. Mal gucken, was es jetzt hier gibt. Also, Pack Nummer 1. Jungs, oh mein Gott. Come on. Gestern Oxlade-Chamberlin rausgekommen. Das war ja gar nichts. Ein Satz mit X. Und jetzt. Komm schon hier. Was haben wir? Walkout ist da. Brasilien. Innenverteidiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Ich habe mich so auf Neymar gerade gefreut. Wegen der brasilianischen Flagge und Walkout. Es führt ein Fernandinho, 84er. Da müssen wir noch eins machen. Da müssen wir auf jeden Fall noch eins machen. Es wird ein Fernandinho und der, was hat der für einen Wert? Ja, so 8k. Wir gucken mal gerade rein, was die Upgrade-SBC an sich ungefähr kosten solle. Ja, 6.000 Münzen ungefähr. Also, wir haben in Anführungsstrichen jetzt sozusagen tatsächlich Profit gemacht hier. Er kostet ungefähr 6-7k, dieser Fernandinho. Insofern haben wir jetzt was abgegeben und quasi mit Fernandinho zurückbekommen. Wir haben 84er-Grade einen Spieler. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die nächsten Packs. 20 wollen wir zusammenbekommen. Let's go. So, Freunde. Und jetzt machen wir erstmal die ersten 5 voll. Ihr seht es. Ich habe jetzt hier weitere Sets gebildet. Also, 4 weiter, um genau zu sein. Das heißt, die ersten 5 machen wir jetzt hier einmal voll. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Packs. Pack Nummer 2. Wie gesagt, die SPC ist schon mal rausgekommen. Ja, und jetzt hier kein Walkout. Und lasst mich noch gerade mal einmal nachgucken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da eine Mindestanzahl gemacht hatten bei der SPC, als wir sie damals hatten. Ne, ich glaube nicht. Da haben wir, glaube ich, nur 2 oder so gemacht. Insofern jetzt hier direkt schon 20 Packs. Mignolet wird es jetzt hier. Ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Zerstört also gerne den Like-Button, falls ihr mehr davon sehen wollt. Mignolet leider schon als Duplikat. Gut, das ist natürlich ein bisschen Pech. So viele UCL-Karten habe ich gar nicht. Ähm. Oh, da ist der Walkout. Come on. Jungs. Nicht schon wieder. Oh, zum Glück. Ach Gott, zum Glück. Es ist jetzt ein 85er-Silver. Ich dachte, wir müssen schon wieder Fernandinho abstoßen. Thiago Silva wird es. Innenverteidiger ist ja schon mal gut, ne? Innenverteidiger war auch Varan. Thiago Silva, 85er-Rating. Easter. Also auf jeden Fall mindestens 10k wert. Und jetzt noch 2 Stück hier auf dem Account. Komm schon, yay. Walkout? Nein. Kein Walkout. Können wir also mal skippen. Es wird ein Torwart. Tatsächlich, den hatte ich noch vor ein paar Tagen im Verein drin. Und jetzt, Page Nummer 5. Yay. Nein. Gönnt leider kein Walkout. Und wen haben wir? Oh. Torwart. Ah ja. Von Sevilla. Den Torhüter 82er-Rating dürfte es sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Jawohl. Und dann mit rein in den nächsten Sets. Let's go. So, Freunde. Weitere 5 Sets stehen an. Auf dem Account von 3WB. Genau gesagt von Yannick. Danke also an dich für die 5 Sets, die du hier auf jeden Fall bereitstellst. Und im ersten haben wir schon mal kein Walkout. Leider. Im 81 plus UCL-Pack. Und ihr seht es hier. Die Frage ist auch eben nochmal öfter gekommen. Hier im Stream-Chat. Und zwar. Nein. Ihr könnt natürlich keine Team-of-the-group-Stage-Karten ziehen. Ich glaube, das denken, glaube ich, für die neuen Leute so einige. Das Wappen suggeriert es auch so ein bisschen, weil es halt quasi in diesem Team-of-the-group-Stage-Design ist. Nein, ist es nicht der Fall. Ihr könnt keine Team-of-the-group-Stage-Karten hier in dieser SPC ziehen, sondern reine UCL, seltene Karten, die halt 81 oder höher geraten sind, wie jetzt zum Beispiel hier ein Pereira. Ja. Also, deine Information an euch. Ganz, ganz wichtig, denke ich. Und da helfe ich dem einen oder anderen weiter. Oh Gott, jetzt sind die ersten drei keine Walkouts, Jungs. Janik, mein Beileid geht raus. Hier wird es jetzt ein Pavard. Der 81er. Also die letzten beiden. Da muss mindestens ein Walkout dabei sein, in einem von den beiden. Was anderes hast du nicht verdient. Oder was Schlechteres. Aber es ist auch hier wieder kein Walkout. Spanien. Rechter Flügel, haben wir schon gesehen. Hoffentlich wieder nicht Real Madrid, obwohl. Suso. Ja, La Liga war es. Eben war es linker Flügel und das Tenjo. Und jetzt last but not least Pack Nummer 10. Da ist der Walkout. Komm. Last but not least sozusagen. Spanien. ZM. Und es gibt einfach. Man kennt es. Ja, Koke. 85er. Alles klar. Und damit rein in die nächsten Sets. Abfahrt. Ja, moin. Dybala ist am Start in deinem Player Pick. Wir sind hier gerade noch bei Janik. Auf bekannt. Dybala ist am Start bei der Player Pick SBC. Und er wollte jetzt eigentlich noch ein 81 plus UCL Pack machen. So, Freunde. Nächstes 81 plus Pack. Mal gucken, was das Ganze hier gibt. Und komm schon hier. Hey, Walkout wollen wir sehen. Jawohl, da ist der Walkout. Eben Dybala ist es gewesen. Als Normalspieler. Und jetzt wird es Polen. Ah, Torwart. Das wird kein Lewandowski. Schade. Chessi wird. 87er Rating. Und damit rein in die nächsten Sets. Let's go. So, Freunde. Jetzt sind wir hier bei Steve Wonder auf dem Account. Fünf weitere Sets stehen an zu der Upgrade SBC 81 plus. Connection mäße ich jetzt gerade hier nicht das Beste. Aber es wird wieder Brasilien wie bei mir. Torwart diesmal. Oh, auch wieder City wie bei mir Fernandinho. Jetzt wird Ederson. 88er. Walkout ist also da. Es klappt dann doch mit den Walkouts. Und auch ordentlicheren Walkouts. Aber das war schon mal perfekt hier. Für das erste Set bei Steve Wonder. 88er Ederson nimmt man definitiv mit. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Vier weitere Sets stehen an, Jungs. Komm schon. Ah, kein Walkout. Schade. Kein Walkout. Es wird Ödegard. Es wird ein Ödegard. Der um die Ecke kommt. 83er Rating. Die Frage ist, wie geht es weiter? So, nächstes. Komm schon. Yay. Nein, kein Walkout. Gönn doch, yay. Was haben wir jetzt? Mittelstürmer. Ajax. Naja, wieder der 83er. Und mit Tadic. Und auch hier wieder hoffe ich jetzt auf einen Walkout mindestens. Und dann haben wir insgesamt schon 16 Sets zusammen. Und vier weitere Folgen dann noch. Um die 20 zu kompletieren. Und ich denke, dann habt ihr auf jeden Fall meinen ersten Eindruck bekommen von der Squad Building Challenger. Seht es. Man muss schon Glück haben. Und man sieht auch vor ein paar Wochen, wie viel Glück ich hatte. Mit einem Pack, was ich gemacht habe. Mit einem Varan. Dann hatten wir ein zweites gemacht im Video. Und dann ist es ein Fabinho geworden. Also direkt zwei Walkouts hintereinander. Und dann noch relativ nice. Hier wird es jetzt Pirisic. Und last but not least bei Steve Wanda in Pack Nummer 5. Bitte Walkout EA. Komm schon. Jawohl, da ist der Walkout. Oh nein. Pjanic. Ja, geht besser. Ich habe schon gedacht. Aber es wird Pjanic. 85er. Jetzt ja bei Barca unterwegs. Da ist der Walkout. Ja, und wir gucken, wie es weitergeht. Let's go. So, Freunde. Die letzten vier stehen an. Und wir hoffen natürlich jetzt hier wieder auf einen guten Pack-Pull. Also, vier weitere Sets sind am Start. Komm schon, EA. Bitte. Hau was Gutes raus. Pack Nummer 1. Kein Walkout. Können wir also direkt mal skippen. Hashtag Pack-Lack genau rein in die Kommentare. Mit je, von Dortmund wird es. Okay, nehmen wir gerne mit. Für dann vielleicht nächste Woche wieder die UCL-Topspieler-SPC. Aber wir wollen den Walkout sehen. Hier wieder keiner. Können wir also auch wieder skippen. Ach, vielleicht war anders von Würz. Den hatten wir eben als seltenen Spieler abgegeben. Und jetzt noch zwei weitere. Komm schon, EA. Nein. Wieder nix. Immerhin Acuna. Immerhin Acuna. 83er-Rating ist da. Und jetzt last but not least. Letztes 81-Plus-Pack. Jungs. Nochmal Daumen drücken. Nein. Leider kein Walkout. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es der Fall ist, gerne das Video supporten mit einem fetten Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Hier wird es jetzt ein Ginter 82er-Rating. Schreibt mir rein, was habt ihr gezogen. In der UCL-Upgrade-SPC macht ihr sie, macht ihr sie nicht. Und so weiter und so fort. Damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Latschig Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.